Gegen das Coronavirus Geimpfte und von Covid-19 Genesene müssen sich derzeit in Deutschland nicht testen lassen. Doch geht es nach dem geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU, könnte sich das bald ändern. Stattdessen plädiert Spahn für die 2G-Plus-Regel. Deshalb wäre es aus meiner Sicht, aus unserer Sicht konsequent, wenn wir öffentliche Veranstaltungen erstens nur für Geimpfte und Genesene ermöglichen und zweitens nur dann, wenn diese zusätzlich einen aktuellen Test vorweisen. Um die 2G-Plus-Regel umzusetzen, sollen Corona-Tests wieder kostenlos werden, führt Spahn aus. Er werde deshalb eine entsprechende Verordnung unterschreiben. Die Gratistests waren erst Mitte Oktober abgeschafft worden. Grund für Spahns Pläne sind die zuletzt stark gestiegenen Infektionszahlen. Das hier ist die aktuelle Karte der 7-Tages-Inzidenzen aus Deutschland. Sie sehen, dass fast alle Landkreise tiefrot sind. Im Süden und im Osten sehen Sie auch diese pinkfarbenen Landkreise. Das sind etliche Landkreise, in denen die 7-Tage-Inzidenz über 500 liegt. In vielen liegt es über 800, der 900, vier sogar über 1000. In der kommenden Woche soll eine Konferenz der Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen entscheiden. Dabei dürfte es auch um die 2G-Plus-Regel gehen.